und es ist ein paar scheiß hase finden denn ist alles perfekt so tsch Ich fand es halt mal das fertig, was ich angefangen habe. Also da hinten kann man auf jeden Fall einen Kampf streiten. Also entweder kommt gleich eine riesen Armee mit Mutanten und so. Das haben wir schon so oft gesagt, da kam nix. Ja, oder halt es kommt gar nix. Ich denke mal, die hat einfach gesagt, guten Morgen. Rufstehen. Der Hahn hat verschlafen bestimmt. Er hat verschlafen, deswegen kackert der ein bisschen länger. Aber falsch später. Hasis. Hallo Hasis. Sein Name ist ja auch falscher Hahn. Oh, da ist er. Perfekt. Hab n' Hasis erledigt. So, noch zwei Hasis. Da. Boah, wie viele Hasen hier grad rumlaufen. Ich hab jetzt drei Stück erledigt. Ich find schon die Leichen gar nicht mehr. Mist. Da. Das ist ein Vogel. Wo hab ich den Hasen umgebracht? Da ist ein ganz komischer Gegner. Was bist du, Bruder? Ich sag so ganz hinten, da ist einer so, so ein Bückel, so, 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 ne Ahnung, also ein Rucksack quasi. Ein ganz komischer Gegner. Boah. Boah. Was bist du? Hab ich viele Leute mal gesehen. Kannst du's nur sagen. Dann bekämpfe ich dich. Der leg da so seinen Teppich aus, dann sehen wir sein Inventar. Ich hör' Bienen. Was? Was? Er hat so einen Sorn halt, so, 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 so. Wir waren jetzt ganz schnell Bienen. Äh, äh, Honig. Ist Gott so friedlich. 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 wenn du auf dem wald rauskommst dann mache ich alles richtig helles und du nix mehr siehst oder wenn du weiter noch baumstände siehst du denkst du hast ausschlag abend abend geht doch abend also ich habe holz genug ich habe hier auf dem schiff geist echt eine raumanteilung kann man machen ok 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 ich komme zurück zu dir ich kann jetzt mehr mehr sticks mehr steine tragen was du das ich hab so wenn du mit hasen fälle und sticks und robes kannst du diese rucksäcke machen er ist nicht fort wenn du es mir aussagen würdest und das gemacht ja ja ich kann ja ja wer jetzt gehen würdest ja dann kann ich auch hasen ja auch für dich hasen ja auch für dich hasen ja wenn du möchtest was heute ist ja auch für uns beide letztendlich dann kann ich anfangen worte ok dann jage ich mal ok erstmal ich mache unser bettchen erstmal fach ich bett ja unser bett auf unserem holzboot er hätte er ist diese hast du noch platz weil wir nicht okay ein zwölf zwölf noch würde ich sagen jage ich die das die hasen das nächste mal wenn wir dann wenn wir dann hierher kommen ok ja oder kann ich diese jetzt sogar meinen geben ein stein trage weil du die jagd machst du so gerne stein zu sammeln nein den kannst du behalten aber da sind wir von lassen vielleicht kriegen das aufgeschreckt ich habe sie noch zwei holzen haben ab ich habe noch kurz nichts was die brauchen bevor du hier losfährst hast du auch zinsdich mit mir getan guck mal nach ok ich hab schon 20 ja hab ich gut gut ich komme äh wenn du mich anguckst was bleibt denn der alte Bastard weißt du dass das Boot das sieht mir voll schwer aus ja wenn wir dann noch ordentlich fahren können machen ist es mir so ruhig ach beschweren kann ich mich denn weniger tschub tschub los geht's das ist ein Schildkröter das ist ein Schildkröter die möchte noch köpfen ja mach mal die möchte noch köpfen sogar vier stück komm mit dann hast du die noch fertig damit wir auch unser Zeug anbauen können ok ok können offen warte mal bitte wie war das nochmal mit Rüstung machen Knochen zehn stück oder so äh ich hab jetzt ich kann nur hier in sechs stück reinlegen ach so dann mit Stoff oder so also mit Kloff oder mit Robes probieren wurde ich richtig hab ich jetzt hast du eine hast du eine was ist das denn bauen aber sieht das aus Hcool ja hallo ich hab aber es ist nicht gelb der Linie nur? aber in weißule okay ja das ist ich noch mal aber du brauchst du bist nur sechs knochen okay das heißt du kannst zwei rüstungen tragen das ist ganz gut kann ich da kann sich mal drehen lassen weil ich bin kann noch im mittag ist toll richtig was kannst du was machst du gerade gar nicht so fest gegen die insel du weißt du warum machst du jetzt nix also ich soll nichts machen jetzt kann es auch geht doch meine Fresse Junge also fahren mit uns ist anstrengend das ist anstrengend ich sehe es doch hier ganz genau auf meinem rechten Auge Lügen Baron Tja musst du mich jetzt hier mobben weil nur weil ich es auf meinem rechten Auge nicht sehe Naja eigentlich schon Spaß Boah ich freue mich schon aufs Hausbau jetzt das macht bestimmt Spaß ich denke das wird Diskussion enden wofür brauchen wir eigentlich einstig was bauen wir wofür brauchen wir den einstig solche eigentlich mehr platz für unser mehr holz platz bauen dass wir mehr holz hinlegen können ich denke das reicht so oder wir können ja machen wenn es voll ist können wir neu setzen das war schon ist ja ja du kannst ja bei mir auf der seite ich noch zwei hinsetzen ja und bei mir auch ein paar obwohl lieber lieber eins und das mittig damit nicht verpackt oder so ach ja das ist jetzt ist ganz entspannt so oder angefangen du musst nichts einbiegen großer gleich na gut wenn du nicht einbiegen willst jetzt nicht ach so warte 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 rückwarte direkt an die foundation du bist ein geniales genius du bist genial heißt auf deutsch dem rock es geht noch näher ja wir fahren auf land das ist schon gut so warte Hilfe die kann man nicht anbauen wir müssen sowieso hier hochlaufen auf die seite ich muss das erst mal soll ich dir helfen alter warte ich fahr ich helfe ich komme an die andere seite so reicht 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 nicht nicht ganz nicht zurück willst du es wieder runter stoßen wenn du immer nur irgendwas machst genau noch ein stückchen noch ein stück jetzt genau jetzt haben wir es passt oder willst du mal zurück werfen hier da hingelegt damit sie nicht überfahren werden muss was essen ich mache ich sage mal die das dach für die brücke kurz sich mal einrichten oder willst du sagen beim aufbauen helfen du kannst mir ja mal zeigen wie das aussieht erstmal na klar Moment ich muss auch mal was essen warte so ich gucke erstmal wie ich das mache jetzt also ich soll erst mal so einzelne püller davor setzen ich würde das auch gerne erst mal so lassen erst mal okay dann helfe ich mir am hausbau könnt ihr später weitermachen ich würde gucken ob es ist erntebereit ist ja ich kann ja vorstellen dass was am behinderten gleich wird wird die treppe werden kann sein da die treppe ist ganz leicht er kann nicht ganz aufgepasst wo ist die erste zu bauen was einst die geforderung wow ein bisschen wieder abgetrifft die stückchen meine julian ja jetzt auf jeden fall müsste auf jeden fall in hafen das ist ganz wichtig bist du bist an land hatte warum ich dich noch ein bisschen noch ein bisschen fällt ein stück kannst du ein bisschen in meine richtung drehen warte moment so ja es reicht schon so okay ich komme auch warte reicht so ich denke mal ein bisschen gerade andocken es wird sich aber automatisch wir müssen aufpassen wenn wir da fertig waren weil nicht im ding stehen das gilt nicht fertig verdammt ich weiße dummes ding ich komme nicht hoch jetzt machen warte ja mach den mal ich fahr jetzt einfach gerade straight auf die insel warte ich komme nicht hoch jetzt ok jetzt kann es nicht fertig bauen wir müssen schuppen ich muss ein bisschen weiter wegschuppen schubsen ok wenn es jetzt wieder weg stößt dann bist du dran schuld warum weiß ich nicht gut das was ist das ding braucht hier eine bank ich kann auch irgendwas voll geiles drunter machen heißt keine unterstand oder so für tiere weil wir so viele haben auf der insel gar keine naja doch außer schildkoten und ab mit nur ein paar taus äh äh Seemöwen also fabi manchmal warte geht lassen 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 jetzt ganz fertig wollen wir holen geh auf der anderen seite besser geh auf der anderen seite besser bevor du es machst ok ja 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 hammer eingang bauen so erstmal genau habe ich schon gemacht habe ich schon gemacht machst du welchen da für nächstes stockwerk noch mit ja hier ist der eingang ne fuck verfehlt hier ist der eingang machst du noch das für nächstes stockwerk ist richtig rum ja einen Moment hier ja das ist verkehrt worden ach ne ja verkehrt worden pf 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 nicht weiß ich nicht oder meins hat noch ein noch eine höhe geht nicht da müssen wir uns fertig haben eine wand macht man kann treppe können wir schon bauen oder auch warten ja ich treffe schon mal machen am liebsten ist direkt hier an der tür wenn so nach oben gehen würde auf der einen seite ja moment muss ich kurz drehen möglichst gerade übrigens als nichts aus der wand rausschaut das ist keine gute das ist definitiv keine gute wand wir sind nur kalt deswegen haben wir gesetzt ja ich weiß das heißt von hier ist hier aus der ist von der wand drin so wäre wenn dann auf die länge gezogen und perfekt im dinge ist drin sieht man das sieht man auch nicht von außen rein wo ich gerade stehe da kannst du sehen wie es aussieht wenn es fertig ist also von außen sieht man es nicht definitiv nicht nur ich glaube ja kann man so lassen kann man so was noch ist unten wird nur knapp also nicht eine schnee schuhe machen mich nicht halten solche war mehr erinnern richtung machen nee kurz hin zu lassen aber was wir eben wende machen ist die wichtigste frage ich doch gerade schon ich glaube ich habe hier ich gerade verkliftet kann das sein oder nee ok sieht man das von außen ich hoffe aber nicht ich bin knapp nicht von außen so machen wir noch mal ein schönes wohnzimmer oder findest du nicht ja warte mal geht das heute bis zum boden oder nee warte mal hier die wand ist kürzer ja da geht die warte mal hier ich mach's weg au was macht dich was macht die schildkröte hier okay jetzt bist du im boden hier oder was nee warte mal nee nee warte mal ich mach's ganz kurz die schildkröte ist hier anscheinend also hä was hat denn hier zu suchen na egal also ich mach dir kurz kurz mal auf deine wand hier die gemeint ist und halt nur gucken dass sie gerade ist moment ein bisschen ja warte die muss ja noch besser die ist gerade die ist auch glaube ich gerade in relation zu aber ist das auch ok sie nicht am boden so bei mir wie sieht man den boden an was für den boden was weiß du mir hat die erde wenn du was machst die wand bei mir nicht ok jetzt aber nicht das ist auch ganz nein ok wand ist perfekt weil ich bei ihm sind die schräg gewesen die scheiß schildkröte soll ich verpüßen wie machst du das gerade genau anvisieren ich muss aber ganz genau gucken wie es aussieht von außen und so warte die schildkröte will ich angreifen niklas so warte ich glaube hier rechts wäre doch passen ja machen wir hier ein schläges wohnzimmer ok hier das ist das ganze ding ja da kann ich mal einrichten alles klar warte 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 lass das zusammen machen ja gut also fenster machen wir fenster machen auch noch nicht warum nicht mach mal in der inneren richtung erst du weißt schon dass du fenster erst mal vorher schon machen wir machen ja lass das was für die räume komplett macht was war ich hier noch ein weiß ich nicht eingang halt ich wollte schon hoch gehen für den nächsten oh hier können wir so eine eingangs couch hin machen so eine coole couch hier können wir ja unser hart unsere hasen ist ein hasen hat ich setzte hier ist einfach noch eine wand aber hier würden wir mal einen raum wenn man sind dafür finden was you